Übung 1 A 1 Hallo, Marina. Marina, das ist Conny. Sie ist Deutschlehrerin. Conny, das ist Marina Alvarez. Hallo, Marina. Woher kommst du? Ich komme aus Argentinien, aus Rosario. Was möchtet ihr trinken? Cappuccino. Ich auch. Zwei Cappuccini und ein Wasser, bitte. Zwei Entschuldigung, ist hier noch frei? Ja, klar, bitte. Seid ihr auch im Deutschkurs? Ja, ich heiße Isabel und das ist Carlos. Wir kommen aus Kolumbien. Wie heißt du und woher kommst du? Ich bin Tuva. Ich komme aus Schweden und wohne jetzt in Berlin. Was trinkt ihr? Kaffee und Wasser. Drei Kaffee und zwei Wasser, bitte. Ich bin Tyler. Ich bin various. Drei Kaffee und zwei Wasser, bitte. Vielen Dank.